Gladbach hat diese Saison unter Präsident Rainer Bohnhof und Trainer Gerardo Seohane deutlich an Stabilität gewonnen. Bohnhof, der seit März 2024 das Präsidentenamt bekleidet, ist zufrieden mit dem Start seines Teams und bewertet die Fortschritte optimistisch. Laut Bohnhof hat sich die Mannschaft im Vergleich zur letzten Saison verbessert, was sich in der aktuellen Tabellenplatzierung und in deutlich besseren Statistiken zeigt. Mehr Siege, mehr Punkte und vor allem weniger Gegentore. Die Defensive, die in der Vergangenheit oft ein Schwachpunkt war, zeigt sich nun deutlich stabiler. Gladbach konnte sich in der Bundesliga um fünf Plätze nach oben arbeiten und hat vier Spiele in Folge ohne Niederlage absolviert, was für die neue Stabilität und den Zusammenhalt im Team spricht. Diese Entwicklung weckt bei Fans und Verantwortlichen gleichermaßen Hoffnungen auf eine erfolgreiche Saison. Natürlich räumt Bohnhof ein, dass noch nicht alles perfekt läuft. Die inkonstante Leistung der Mannschaft bleibt eine Herausforderung. Das enttäuschende Auftreten in Augsburg sowie das unglückliche Ausscheiden im DFB-Pokal sind schmerzhafte Rückschläge. Dennoch betont Bohnhof, dass diese einzelnen Negativerlebnisse nicht die positive Gesamtentwicklung überschatten sollten. Ein solcher Weg zur Stabilität verläuft nicht linear und ist manchmal von Höhen und Tiefen geprägt. Auch Seohane, der von Anfang an eine anspruchsvolle Aufgabe übernommen hat, wird von Bohnhof lobend hervorgehoben. Seohane, der die Mannschaft zielstrebig formt und weiterentwickelt, arbeitet intensiv daran, die Struktur zu stärken und langfristige Ziele zu erreichen. Interessant ist auch Bohnhofs Blick auf die Transferpolitik des Vereins. Manager Roland Wirkus wird hier mit Lob bedacht, denn er hat durch kluge Transfer das Team verstärkt und für einen frischen Wind gesorgt. Die Verpflichtungen von Spielern wie Tim Kleindienst und Frank Honorat zeigen das Potenzial und die strategische Weitsicht des Vereins. Während sich einige der Neuzugänge bereits hervorragend integriert haben, gibt es dennoch Spieler, von denen Gladbach sich noch einen zusätzlichen Leistungsschub erhofft. Bohnhof gibt zu, dass bei keinem Verein alle Transfer auf Anhieb voll einschlagen. Das Projekt Gladbach ist langfristig angelegt und der Kader wurde gezielt verjungt, wodurch es eine starke Basis für die kommenden Jahre geben soll. Insgesamt wirkt Bohnhof zuversichtlich, dass sich die Mannschaft auf einem soliden Weg befindet, um das gesteckte Ziel eines einstelligen Tabellenplatzes zu erreichen. Der Fortschritt ist offensichtlich und die Fans können gespannt sein, wie sich die Mannschaft weiterentwickelt. Die Frage bleibt, ob Gladbach diese positive Entwicklung weiter fortsetzen und in der Bundesliga konstant punkten kann. Welche Erwartungen habt ihr an Gladbach in dieser Saison? Teilt eure Meinungen in den Kommentaren und lasst uns wissen, wie ihr die Entwicklung des Teams seht. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.